hallo und herzlich willkommen bei red or campbell ich bin dafür auf die einheit ticket und heute habe ich hier lordsmobile ich werde das mal starten voll mit drei machen und bisschen warten erlebt ich habe mein account mal wieder nicht gefunden also ich habe ein google play eingeben wie immer aber auch wie jedes mal von vorn an eine zeitlang ging es aber seit kurzem geht das nicht mehr so traurig dann muss ich wieder alles verneu machen naja egal ich spiele auch nur die paar minuten jetzt ich werde da nichts länger spielen weil wenn es immer wieder weg ist warum soll ich dann länger spielen aber durchwischen zack gratis truhe bekommen bonus nein den wollen wir nicht ich gebe doch kein geld aus wenn jedes mal mein account weg ist ich glaube da biebt es abholen starten tägliche quest 14 stück habe ich fertig keine ahnung was hier los ach so und wir haben was neues hier vorne das ist jetzt neu das kann ich ja zeigen das ist so ähnlich wie bei royal wie ist das von clash of clans royal clans ich weiß es nicht aber so was in der art ist das jetzt schicke ich den hoch gleich kommt der held jawohl und los geht es da gleich neue verstärkung den hellen kann nur einmal aufrufen das ist halt ein held ne bam 1 0 ok weiter geht's die zweite runde es wird mir gezeigt wie man mit dem turm spielt setzt man da hin hat was das war ja 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 Und, gewonnen! Jetzt habe ich gerade Feuerball geschenkt bekommen, jetzt wird mir gezeigt wie man mit dem Feuerball spielt. Turm weg, Feuerball rein, einsetzen. Halbe Energie weg durch dem Feuerball, verrückt, aber kostet halt fünf Diamanten, ne? Normale Leute kosten vier Diamanten. Truhe, jetzt öffnen wir die Truhen, schauen was da drin ist. Oh, kann ich aufleveln, nice, öffne mal diese Truhe, auch schön und da ist eine Belohnung. Erstmal rein. Verbessern, ein Weitergehen, ne? Verbessern, ein Weitergehen, verbessern, ein Weitergehen und auch verbessern. Das war's, ne, da noch. Verbessern, erweitern, den Heldin auf Level 2. Alex, hier noch die Feuerbälle auf Level 2. Belohnung gibt's noch nichts. Da waren wir gerade. Herausforderung. Alex, lassen wir da. Und was ist denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen die schwächeren Sachen, oder? Frostzauber und den. Das ist ein Turm und das ist auch ein Turm. Mach mal was so. Oder lieber so. Den möchte ich auf jeden Fall mal sehen. Nehmen wir die mit, den möchte ich auch gerne sehen. Oder erstmal die Reiter. Ja, machen wir so. Und Angriff. Da ist der Feind und wir sind hier. Es geht aber schnell mit den Reitern. Zack, und gewonnen. Gar keine Chance. Naja, es sind ja doch die ersten Runden, die sind ja immer leicht. Jetzt machen wir die nächste Herausforderung. Jetzt kennen wir die Sachen. Den kennen wir noch nicht. Und den kenne ich auch noch nicht. Danach kenne ich das Eis Ding nicht. Und dann habe ich eigentlich alles schon durch. Ach, die sind doch, die bewegen sich. Alles nur Fankämpfe außer mein Held. Natürlich nicht so schön eigentlich. Aber hat doch ganz gut geklappt. Jetzt muss ich gleich nochmal den Frostzauber ausprobieren. der Herausforderung. Frostzauber. Wir haben jetzt den, 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 den und den. den Frostzauber und die Reiter. Die waren gut gelebt. Schön schnell. Das ist ein bisschen. Das ist nicht. Okay. Okay, das war gerade schon ein bisschen knapper. Aber trotzdem rund. Oh, die nächste Tour. Haben wir alles. Können wir den jetzt Level 2 aufwerten. Den Bogenschützen. Gut, das war jetzt halt das Neue, was hier bei Lord Mobiles ist. Ja, gut. Jetzt habe ich nochmal hier. Das bringt doch nichts. Da ist immer irgendeine Gilde hier. Beitreten. Beitreten. Zipa. 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 Alles am Abholen. Zipa. Der läuft noch. Gehen wir fest starten. Okay. Ich würde mal sagen, das war es dann schon für heute. Was ist das hier? Ach, Talentpunkte. Eine schnelle kurze Runde. Und, ja. Damit will ich mich dann verabschieden. Ich werde mein Ticket jetzt abholen. Und zeige. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei nicht dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.